Liebe Pilzfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video mitten im August. Mitte August lässt sich ein typischer Herbstpilz finden. Das hier ist der gelbe Knollenblätterpilz, ein leicht giftiger Wulstling. Man erkennt unten sehr schön die Knolle. Dieser Pilz riecht so ein bisschen nach alten Kartoffeln und ist wie gesagt leicht giftig. Der gelbe Knollenblätterpilz ist an sich ein sehr häufiger Pilz. Und ein sehr schöner Pilz. Man sollte ihn bewundern und stehen lassen. Der gelbe Knollenblätterpilz. Mal wieder ein schönes Exemplar. Man sieht unten schön die Knolle. Leider leicht giftig, weil dieser Pilz ist eigentlich recht häufig und eigentlich auch recht hübsch. und deswegen lassen wir ihn einfach auch stehen. Wieder drängt sich hier ein gelber Knollenblätterpilz auf. Schöner kann man ihn eigentlich hier nicht malen. Und wie schon erwähnt, er bleibt natürlich selbstverständlich stehen, denn gelbe Knollenblätterpilze sind giftig. Und gleich daneben erblicke ich hier noch einen weiteren gelben Knollenblätterpilz. Das ist ein Pilz, den ich eigentlich eher im Herbst erwarten sollte. Allerdings aufgrund der feuchten Witterung der vergangenen Wochen erscheint dieser Kollege aber bereits Mitte August. Ich finde hier am Wegesrand drei, vier Stachelbobbiste, die durchaus als Speisepilz in Freie kommen. Bei allen Bobbisten sei gesagt, ist der Pilz im Inneren noch weiß und noch einigermaßen von der Konsistenz her fest, kann man ihn essen. Schauen wir mal, was dieser Pilz uns hier zu verstehen gibt. So, das sieht aber gut aus. Man sieht rein weiß, dieser Pilz wäre essbar. Okay. Ist auch von der Konsistenz hier noch völlig in Ordnung. Ah, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen in dem Zusammenhang. Immer wieder treffe ich jetzt hier im Wald auf Scheibenstreiflinge. Teilweise sehr große Exemplare. Ich denke mal, das ist hier der Strubbelkopf. Ich denke mal, das ist hier der Strubbelkopf. Ein Röhrling, den man nicht allzu häufig sieht. Ich finde jetzt hier Hainbuchenröhrlinge. Ich teste mal. Der Hut ist noch schön fest hier. Also nehme ich auch diesen mit und der sieht auch noch gut aus. Ja. Hier habe ich jetzt noch mal drei Hainbuchenröhrlänge gefunden. Und jetzt guckt mal hier. Wirklich schöne, knackige, tolle Exemplare sind das hier. Schaut, so sollen die aussehen. Einmal. Oha. Ja. Zwei. Und hier noch die dritten. Drehe die mal ein bisschen. Und mal nach unten. Jawohl, das sind tolle Exemplare hier. Die sind auch, obwohl sie so schön groß sind, noch so richtig schön knackig. An den Stielen erkennt man es, dass es Raufußröhrlinge sind und darunter zählen ja die Hainbuchenröhrlinge auch. Hier lässt sich jetzt den Birkenwald, der Wald ist gemischt mit Fichten und mit Tannen, lässt sich jetzt dieser wunderschöne Birkenröhrling finden. Hier lässt sich eine knackige, kleine, wunderbare Marone finden. Hier im Hintergrund. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Der lila Lacktrichterling mit seinem völlig verwundenen Stil, der darf in diesem Film natürlich nicht fehlen. Wir haben hier zwei Waldverbindungen gefunden. Ich bin mir sicher. Okay, wir gucken uns die mal an, wie die von der Unterseite ausschauen. Man sieht die schokoladenfarbenen Lamellen. Wenn man Champignons sammelt, ist es wichtig, dass man auf die Lamellen achtet, dass man keine weißen Lamellen vorfindet, weil es gibt ja auch weiße Ritterlinge. Und es gibt auch den weißen Knollendetterpilz oder auch den grünen Knollendetterpilz, der kann auch sehr hell sein, der hat aber immer weiße Lamellen und im reifen Stil sind alle Champignons mit schokoladenfarbenen Lamellen ausgestattet. Außerdem kann man auch noch mal dran riechen. Das tun wir jetzt auch mal. Willst du schon mal einen Riechner dran? Ich nehme den anderen. Anis. Riecht nach Anis, ne? Anis ähnlich? Ja. Tast, tast, tast. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.